Gut, liebe Geschwister, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 23. Und nachdem Gott die zehn Worte dem Volk Israel gesagt hat und damit seinen Charakter, sein Wesen und seinen Willen dem Volk Israel offenbart hat und diese zehn Worte, sie sind, ja, sie zeigen uns, wie gesagt, das Wesen Gottes, den Charakter Gottes, wie wir ja auch schon intensiv uns damit befasst haben. Und dann danach die Rechtsvorschriften, die Grundlegung des Gesetzes für Israel, die auf der Grundlage der zehn Worte gegeben ist. Und dann fängt diese Rechtsbestimmungen oder vor den Rechtsbestimmungen finden wir ein paar Aussagen zum Altar. Und hier am Ende der Rechtsvorschriften, die Gott dem Volk Israel gibt, sind auch ein paar Hinweise auf die Art und Weise, wie Opfer dargebracht werden sollten. Und wir finden hier auch Aussagen, die auch zu uns sprechen durch den Geist Gottes. Und wir lesen in 2. Mose 23, Vers 18. Du darfst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit Gesäuertem darbringen. Und das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Es war dann später so, dass wenn geschlachtet wurde, beziehungsweise es ist bis heute eigentlich so, dass noch in so manchen Kulturen es so ist, wenn man ein Tier schlachtet, dass das eine höchst religiöse Angelegenheit ist. Das ist nicht irgendwie was Profanes. Das ist eben nicht ein etwas, wo ja einfach maschinell irgendwie Essen hergestellt wird. So ist es bei uns in unseren Ländern geworden. Wir haben die Tiere zu Sachen degradiert und diese Sachen, mit denen gehen wir so um wie mit allem, nämlich verschwendend. Ich habe irgendwann mal so eine Sendung gesehen, das war eine ganz interessante Sendung oder es gab da mehrere Folgen. Es war so eine Reihe. Die gefährlichsten Schulwege der Welt, irgendwie hieß das. Da wurden Kinder beobachtet, wie sie zur Schule gehen. Und das ist nicht bei allen so easy peasy, wie bei uns. Wobei manchmal, manche Schulkinder haben auch bei uns einen sehr gefährlichen Weg. Also wenn man an den Straßenverkehr in der Großstadt denkt, dann kann das auch schon ganz schön gefährlich sein. Aber es war dann eine Folge, da ging es um ein Kind in Ostafrika. Weiß nicht mehr genau, welches Land. Auf jeden Fall geht es da so durch die Savanne, wilde Tiere, Giraffen, Elefanten. Und das Interessante, was in dieser Folge unglaublich interessant war, war die Beschreibung dieses Opferplatzes, dieses Schlachtplatzes. Das war so ein, ja schon so eine Art heiliger Ort, wo in sehr seltenen Fällen, denn oft konnten sie keine Tiere schlachten. Und wenn dann mal ein Tier geschlachtet wurde, dann war das was Besonderes. Und das Blut wurde aufgefangen und getrunken. Und das hatte eine besondere Bedeutung. Das macht denjenigen, der das trinkt, stark. Die Kraft des Tieres wird in sich aufgenommen. All solche sehr krassen Vorstellungen. Und das Wort Gottes macht einen klaren Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Aber dennoch macht das Wort Gottes von Anfang an klar, dass die Tiere auch eine Nefisch haben. Manchmal wird das mit Seele übersetzt. Man kann es auch mit Leben übersetzen. Tiere sind anders als Menschen. Aber das heißt nicht, dass sie wertlos sind, dass sie einfach Steine sind. Oder, ja, was weiß ich, irgendwie Erde. Sondern es sind Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die für Gott wichtig sind. Und er möchte, dass wir auch dem Tier Respekt erweisen. Und wenn hier von dem Blut des Schlachtopfers die Rede ist, dann ist es ja so, dass Gott diesen Vorgang des Schlachtens eines Tieres ein ungemein hohes Symbol gegeben hat. Jesus selbst hat sich diesen Namen geben lassen. Inspiriert durch den Heiligen Geist sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt trägt. Und in Offenbarung sehen wir immer wieder ihn in dieser Gestalt auftauchen. Das Lamm. Und dieses Lamm als geschlachtet. Also Jesus, unser Gott, gibt diesem Vorgang des Schlachtens eines Tieres, lädt das ungemein auf, indem er uns vor Augen führt. Das ist eigentlich das, was uns erlöst. Das ist das, was wir heute Abend feiern. Das Abendmahl. Es hat seine Ursprünge im Passafest, wo dieses Lamm geschlachtet wurde. Und wo das Blut, als die Israeliten auszogen, wurde das Blut an die Türpfosten gestrichen. Und für uns, Jesus hat uns gesagt, dies ist mein Blut, trinkt alle daraus. Letztendlich machen wir nichts anderes, als das Blut trinken. Das Leben von Jesus. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir, die wir des Todes waren, Leben haben. Also das Blut des Schlachtopfers. Ein Tier zu schlachten ist eine kostbare, wertvolle Angelegenheit. Eine Sache von Respekt, von Achtung. Das ist etwas Heiliges. Das Leben, was Gott gegeben hat, ist etwas Gutes, etwas Heiliges, etwas Wunderbares. Bis heute nicht zu erklären, wo kommt das Leben, wie kommt es, dass irgendetwas lebt. Warum ist das so? Und dieses kostbare Leben wird nun angetastet. Blut wird vergossen. Und das soll nicht vermischt werden, nicht zusammen dargebracht werden mit Gesäuertem. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Fest der ungesäuerten Brote, wovon die Rede war ein paar Verse zuvor. Im Zusammenhang mit dem Passafest wurde der Sauerteig ausgefegt aus dem Haus. So, dass nur noch ungesäuertes Brot gebacken wurde. Und das Gesäuerte hat eine Symbolik, von der uns Paulus berichtet, in 1. Korinther 5. Er sagt in 1. Korinther 5. Und Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig. Auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Also Paulus sagt hier, diese Feste Israels, das Opfer, die ungesäuerten Brote, das bedeutet etwas. Es hat eine tiefere Bedeutung. Und er sagt, unser Passalam ist Christus. Er ist geschlachtet. Und wir sind der ungesäuerte Teig, sagt er. Wir sind das ungesäuerte Brot. Wir sind es schon, sagt er. Ihr seid ungesäuert. Durch Christus, durch die Erneuerung unseres Lebens, durch seinen Geist. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Ein neuer Teig. Und dann sagt er aber, in der Gemeinde Gottes und der Zusammenhang ist ja, dass es Leute gibt in der Gemeinde Gottes, die schlimmer sündigen als die Heiden, die Gott nicht kennen. Und er sagt, da muss etwas geschehen. Ihr könnt es nicht einfach so laufen lassen. Sei konsequent, was die Sünde angeht, in deinem eigenen Leben und in der Gemeinde. Fegt den alten Sauerteig aus. Wir wollen nicht feiern im Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern in der Lauterkeit und Wahrheit. Wisst ihr, wenn wir Gott anbeten, dann sind unsere Lieder ihm ein Geplärre, wenn wir nicht im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dann sagt Gott, halt lieber den Mund. Der alte Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Das ist das, was wir die ganze Zeit in Sprüche lesen. Die Gottlosigkeit, die Nahheit, die Torheit. Unser Fleisch. Unser gottloses, altes Wesen, der alte Sauerteig. Er muss raus, rausgefegt werden. In der Taufe muss er ersoffen werden, ersäuft werden. In unserem täglichen Wandel müssen wir uns immer wieder daran erinnern, uns immer wieder vor Augen führen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Sein Geist soll mein Leben bestimmen. Und deswegen, das Blut des Schlachtopfers nicht zusammen mit dem Gesäuerten, sondern zu dem Opfer Gottes, was er gebracht hat, gehört ein geheiligtes Leben. Das sind die Dinge, die zusammengehören. Das ist keine billige Gnade. Zu dem Blut des Schlachtopfers gehört nicht ein gesäuerter Teig, sondern ein ungesäuerter. Deswegen ruft Jesus fünf der sieben Gemeinden in Offenbarung auf, kehrt um, tut Buße, reinigt euch. Und es kann sein, dass von uns hier, von uns 20, vier sind, die nicht Buße tun müssen. Aber wir müssen uns prüfen lassen von Gott. Herr, ist da etwas von altem Sauerteig in irgendeiner Ecke meines Lebens? Ist da irgendetwas, wo ich großzügig drüber weggefegt habe? Wisst ihr, es gibt ja so diese Ecken, wo man so, ja, da kommt man so schwer rein in die Ecken. Und dann, ach, da guckt man dann nicht so genau hin. Dann stellt man dann irgendwas davor, einen Schrank oder einen Stuhl oder einen Sessel oder so. Dann sieht man das nicht. Nee, bis in die Ecken rein. Die Juden waren da und sind teilweise heute noch, gerade die Orthodoxen, super konsequent. Da wird alles bis ins Letzte ausgefegt und sauber gemacht. Lass uns davon inspirieren. Wisst ihr, und das ist es, nicht darin, akribisch darin zu sein, irgendwie unsere Wohnung so super sauber zu machen. Das sollte auch mal geschehen. Aber viel wichtiger ist mein Herz. Und wisst ihr, und da brauchen wir den Geist Gottes. Wir können es gar nicht alleine. Erstmal erkennen wir das nicht. Wir sind so blind mit unseren Augen. Unsere geistlichen Augen sind trübe. Als ob du irgendwie, was habe ich heute gehört von jemandem, der neuen Dioptrien hat oder so. Wir sehen gar nicht. Wir brauchen die Erleuchtung des Geistes Gottes. Deswegen betet David, Herr, erforsche mich und erkenne, wie ich es meine. Und zeig mir, ob ich auf dem falschen Weg bin und führe mich auf den richtigen Weg. Psalm 139 zum Schluss. Herr, hilf mir, das zu sehen, zu erkennen. Aber gib mir auch durch deinen Geist diese Willenskraft, das dann auch auszufegen. Geschwister, es ist nämlich was Furchtbares, wenn wir uns ausstrecken nach Erkenntnis und uns vom Geist Gottes Erkenntnis geschenkt wird, wir aber nicht danach handeln. Dann laufen wir mit einem betrübten, belasteten Gewissen rum. Aber Gottes Geist ist ein Geist der Kraft. Er hat Dynamik. Streck dich aus nach dem Geist, dass der Heilige Geist dich erfüllt, sodass du das, was er dir zeigt, auch tust. Darum geht es Gott immer wieder. Darum geht es Jesus immer wieder. Das habe ich jetzt die letzten Male immer mal wieder gelesen. Worum ging es Jesus immer wieder? Er sagt, das ist wahrer Gottesdienst. Das ist wahres Menschsein. Den Willen Gottes erkennen und tun. Gottes Wort hören und tun. Und das kann nur der Geist Gottes in uns bewirken. Weiter in Vers 18 heißt es, und das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Das Festopfer, Wir lesen in den Opfervorschriften in 3. Mose davon, dass bei vielen Opfern eigentlich das darin bestand, dass ein Tier geschlachtet wurde, das Blut wurde dargebracht, wurde an den Altar, an die Altarhörner irgendwie dran gemacht und dann wurde eigentlich nur das Fett wurde in Brand gesetzt. Also es gab dann so ein Rauchopfer im Grunde. Und das Fleisch, das wurde gegessen. Und hier sagt es eigentlich, hey, das, was Gott gebührt, das, was du zu Gott hinbringen sollst, das sollst du nicht liegen lassen. Du sollst nicht dein Opfer schlachten und es dann essen. Deinen Bauch füllst du, aber das, wozu es eigentlich dient, auch im Angesicht Gottes, dass Gott damit verherrlicht wird, das lässt du einfach liegen? Über Nacht? Ja, mache ich morgen? Morgen gebe ich Gott die Ehre? Nee. Es gehört zusammen. Paulus sagt es ganz profan auf unser Essen ausgegemünzt in 1. Timotheus. Da sagt er in Kapitel 4, sagt er in Kapitel 4, Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Das ist ein interessanter Vers, wenn wir über das Essen nachdenken. sagt so einiges. Paulus spricht von dem, was wir essen, von Geschöpfen Gottes. Wenn wir Brot zu uns nehmen, dann ist das aus Körnern gemacht, die von Geschöpfen Gottes stammen. Es ist von Gott geschaffen. Gott hat dieses Essen geschaffen. Deswegen soll ihm auch Dank gebracht werden. Aber wir gehen halt in den Laden und da ist schön verpackt unser Brot und wir packen es in unseren Einkaufswagen und packen es aufs Band und bezahlen es dann mit dem Geld, was wir uns sauer verdient haben oder irgendwie vielleicht auch gnädigerweise auf andere Weise empfangen haben und dann tragen wir es nach Hause und essen es, als ob es ein Ding wäre. Paulus spricht vom Geschöpf Gottes. Jedes Geschöpf Gottes ist gut. Das, was Gott geschaffen hat, ist gut. Die Nahrung ist gut. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir versetzen unsere Nahrung mit allerlei schädlichen Stoffen, die dann ungesund sind für uns. Irgendwann merken wir, das schmeckt zwar toll, schmeckt zwar gut, aber ist irgendwie auch nicht so gesund. Ich verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich predige hier jetzt nicht zurück zur Natur, aber ein bisschen nachdenken, ein bisschen vom Wort Gottes sich inspirieren lassen, die Dinge ein bisschen von einer anderen Warte zu betrachten, wie wir sie sonst normalerweise tun. Denn das, was normal bei uns ist in unserem Land zu unserer Zeit, ist nicht unbedingt normal in den Augen Gottes. Jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Nichts zum Wegschmeißen. Wie gehen wir mit Lebensmitteln um? Wir schmeißen sie weg. So, so viel wird weggeschmissen. Wir gehen so wenig respektvoll damit um, mit Essen. Und das, was Paulus hier lehrt, ist was ganz anderes, respektvoller Umgang. Warum? Weil ich es bei dem Essen nicht nur mit dem Essen zu tun habe, sondern auch mit meinem Schöpfer und mit dem Schöpfer dessen, was ich dann zu mir nehme. Eigentlich sollte jedes Essen für uns eine Art Fest sein, wo wir zuallererst mal einen Dankgottesdienst draus machen. Der kann auch ganz kurz sein. Nein, Gott ist in der Mitte unseres Lebens. Er ist unser Schöpfer und er erhält unser Leben. Auch dadurch, dass er andere Geschöpfe gemacht hat, die uns dazu dienen, dass wir Leben haben und Kraft bekommen. Und dafür dankbar zu sein, davor Respekt zu haben, ist Gott wichtig. Und es nicht für selbstverständlich erachten, nicht für Dreck halten. Es ist gut und nicht verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Was sagt Paulus? Es ist nicht gut, wenn du es nicht mit Danksagung empfängst. Wisst ihr, das Tischgebet ist was, was irgendwie, ja, manchen auch lächerlich vorkommt oder manchen kommt es irgendwie läppisch vor oder so. Und manchmal ist es auch wirklich läppisch, weil es nur ein Spruch ist, den wir runterrattern. Aber das, was Paulus meint und was Gott meint, ist wahrhaftige Dankbarkeit. Inne werden. Und das ist es. Innehalten. Wir müssen immer wieder innehalten in unserem Leben, weil unser Fleisch dazu tendiert, weiter, 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 schneller, schneller, schneller. Immer weiter, immer weiter. Ich habe noch was zu tun. Essen, hier rein, dann weiter. Nein, innehalten. Und wisst ihr, das ist so gesund, das sagen uns die Ärzte. Ist in Ruhe. Ja, setz dich hin, genau. Setz dich hin, ist in Ruhe. Und wisst ihr, das Größte ist, für Gott ist es, wenn er Teil deiner Mahlzeit sein darf. Wisst ihr, Jesus hat das zelebriert, nicht nur beim Abendmahl, sondern auch bei der Speisung der 5000. Siehst du ihn, wie er das Brot nimmt, er dankte, brach es und gab es weiter, teilte es. Wisst ihr, auch ein Miteinander zusammen zu essen, gemeinsam zu essen und gemeinsam dann unseren Gott anbeten darin und ihm Dank sagen. Und dann sagt er, es wird geheiligt, das Essen ist geheiligt. Es ist gut, es ist heilig, es ist was Wunderbares, es ist etwas, woran Gott wohlgefallen hat. Essen ist was Schönes, was Wunderbares, ein wunderbares Geschenk Gottes. Darüber sollten wir uns freuen, mit ihm zusammen. Aber viel zu oft, entweder, dass wir, wie gesagt, so hastig, hastig drüber weggehen oder, dass wir es gering achten. Auch das in sich reinstopfen ist ein gering achten. Billigstes, Billigfutter sich zu kaufen ist auch eine geringe Achtung. Gerade wenn man weiß, wie es dann hergestellt wird. Gut, genug zu dem Thema. Also, es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Und insofern, es ist eine gute Sache, gemeinsam zu beten beim Essen. Ja, vielleicht sogar auch seine Bibel dabei aufzuschlagen oder ein Losungsbüchlein oder ein Vers. Einfach, dass Gott mittendrin ist in unserer Mahlzeit. Dass er auch ein Wort zu unserer Tischunterhaltung beitragen kann. Wie sagt Mose das zum Volk Israel? Rede davon, von dem Gesetz, von dem Wort Gottes. Wenn du aufstehst und wenn du dich hinsetzt, rede darüber. Es ist so wunderbar, wenn ich, wir haben das ein Stück weit so, dass wir sitzen am Essenstisch und dass wir uns diese Zeit nehmen zum Gebet vorweg und dann essen wir zusammen und dann gibt es Dinge, die man miteinander teilt aus dem Leben. Aber dann kommt man auch immer wieder auch auf Gottes Wort zu sprechen und das ist gut. Gut, zurück hier zu 2. Mose 23. Also, das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Also, wir hatten das Fest der Erstlinge auch vor ein paar Verse davor und dann soll es nicht nur die Erstlinge sein, die erste Frucht, die gewachsen ist, das Erste, was du geerntet hast, sondern davon noch das Beste. In dem Sinne ist das Erste hier zu verstehen. Im Sinne von, das Erste, was du geerntet hast, weißt du, du hast schon richtig Hunger und das Erste, was du geerntet hast, das sollst du dir nicht in den hungrigen Mund stopfen, sondern dem Herrn geben. Ich gebe es dir, Herr, ich warte noch. Ich gebe dir die Ehre darin, dass ich das Erste nicht mir selber nehme, sondern dir gebe, Herr. Und das ist ein Prinzip oder ein Ausdruck von wahrer Anbetung, Geschwister. Ich will dazu zwei kleine Geschichten mit euch lesen. Zweite Samuel 23 Ganz merkwürdige Geschichte von David und seinen Helden. Er hatte drei Helden bei sich. Joschep Bashebet, Eliasar und Schammer. Sie werden in den Versen 8 bis 12 beschrieben und große Heldentaten, die sie vollbracht haben. Und dann in Vers 13 steht, und drei von den 30 Helden gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adulam. Und die Truppe der Philister lagerte in der Ebene Rephaim. David war aber damals in der Burg und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist. Da drangen die drei Helden in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Und er sagte, fern sei es von mir vor dem Herrn, dass ich das tue. Ist es nicht das haben die drei Helden getan. Merkwürdige Geschichte. David verspürt Verlangen nach dem Wasser aus der Zisterne von Bethlehem. Warum? Weil das sein Heimatort war, das war sein Geburtsort. Und die Philister haben aber Bethlehem besetzt gehabt. Und als er das gesagt hat, ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Auslegungen dazu, aber ich glaube, dass er damit meinte, ich sehne mich so danach, dass Bethlehem wieder zugeht. Ich würde so gerne in Bethlehem sein. Ich würde gerne nach Bethlehem gehen. Sie ist jetzt besetzt. Es ist ein Ausdruck der Klage darüber, dass Bethlehem von den Philistern besetzt ist. Sehnsucht danach, wieder das Wasser aus der Zisterne Bethlehems trinken zu können. Es war aber natürlich überhaupt kein Auftrag an die drei Helden, jetzt dahin zu gehen und ihm da schön Wasser aus dieser Zisterne zu holen. Die drei Jungs haben aber gedacht, wir wollen dieses Verlangen unseres Herrn, unseres Königs, er war ja noch nicht König, aber in ihren Herzen war er schon ihr König. Sie haben gedacht, wir wollen ihm dieses Wasser bringen, auch wenn es uns unser Leben kostet. Und so sind sie hingezogen und haben unter großen Gefahren ihm Wasser aus der Zisterne von Bethlehem geholt und bringen es David. Und jetzt könnte er genau das tun, er könnte dieses Wasser trinken, dieses kostbare Wasser. Aber was tut er? Er gießt es aus. Er verschüttet es. Aber nicht einfach so, sondern er goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Das bedeutet, dies ist für dich, Herr. Und ganz für dich. Und indem er es ausgießt, übergibt er es seinem Schöpfer, seinem Herrn. Und er macht deutlich, dieses Wasser ist zu kostbar, als dass ich es trinken könnte. Diese drei Männer haben ihr Leben riskiert. Es ist wie das Blut dieser Männer. Das kann ich nicht trinken. Das ist zu kostbar. Es ist ein Opfer. Aber in unseren Augen, weißt du, in unseren aufgeklärten westeuropäischen Augen des 21. Jahrhunderts denken wir, du bist doch bekloppt, David. Was für eine Verschwendung. Gieß das Wasser einfach, weil wir das nicht begreifen, was es heißt, dem Herrn ein Opfer zu geben. Lass uns eine andere Stelle, Markus 14. Markus 14. Eine Frau wird uns vor Augen geführt. Als Jesus, Kapitel 14, Vers 3, als Jesus in Betanien war, in dem Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabaster Fläschchen mit Salböl von echter kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Was machst du da? Was soll das? Bist du bescheuert? Matthäus sagt uns, dass es die Jünger waren, die so sprachen. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Was belastet ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohl tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Was soll diese Verschwendung? Wie gesagt, David, warum vergießt du das Wasser? Frau, warum verschwendest du dieses teure Salböl für diesen einen Moment? Sie haben ein Opfer gebracht, das Erste ihrer Erstlinge. Um auszudrücken, wie wertvoll, wie wichtig Gott für sie ist. Wie wertvoll und wichtig, dass sie bereit sind, darauf zu verzichten, das Erste, das Beste selber zu genießen, sondern es dem Herrn zu geben. Und in den Augen der anderen Menschen, für die Gott nicht das Wichtigste ist, ist Verschwendung. 2. Mose 23, wieder zurück. Noch so ein schönes Gebot. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Dieses Gebot kommt dreimal vor in den fünf Büchern Mose. Und daraus haben dann jüdische Rabbiner geschlossen, dass es unheimlich wichtig sein muss, weil es nämlich auch wortgleich dreimal so vorkommt. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Die Juden haben daraus Folgendes geschlossen. Gott will nicht, dass wir milchiges und fleischiges zusammen kochen. Und daraus hat sich diese Sitte ergeben, von vielen Juden, sogar von nichtgläubigen Juden, wenn du so willst. Das ist eine Art Kultur geworden unter den Juden, die gar nichts damit zu tun hat, wie gläubig die jetzt eigentlich sind. Die haben zwei paar Geschirr, das blaue und das weiße oder vielleicht auch noch andere Farben, damit das unterschieden werden kann. Mit dem einen Kochgeschirr wird milchiges damit zubereitet und mit dem anderen das andere. Und es soll sogar bei den ganz Orthodoxen so sein, dass man milchiges und fleischiges auch nicht gleichzeitig isst, sondern dass da einige Stunden dazwischen sein müssen. Am Ende landet es aber alles im selben Magen und im selben Darm. Ja, genau. Was hatte ich jetzt gelesen? Irgendwie bei irgendeinem Treffen von irgendeinem Dialog Treffen zwischen Christen und Juden und so weiter und die jüdische Frau ist gleich am Anfang entrüstet weggegangen, weil es Cordon Bleu gab. Also ihr wisst, was Cordon Bleu ist. Cheeseburger sozusagen. Meint Gott das? Nein, ich glaube nicht. Du sollst ein Böckchen nicht in Milch kochen, steht da nicht, sondern in der Milch seiner Mutter. Das Böckchen wird geschlachtet. Wie gesagt, ein Tier wird getötet. Das Leben, was Gott ihm gegeben hat, wird diesem Tier genommen. Es wird geschlachtet, das Blut fließt. Und es bleibt die Mutter. die Mutter, die vollen Euter hat, mit dem sie das Kindchen säugt. Und wisst ihr, ja, es ist so, die Tierschützer, die kehren immer sehr stark heraus, die Vermenschlichung der Tiere, da ist die Mama, die ihr Kind säugt. Nimm doch das arme Kind nicht seiner Mama weg. Wir versuchen uns davon ganz sozusagen zu distanzieren und packen unseren Käse und unsere Milch und all das, was wir so essen und trinken, packen wir schön ein, sodass wir kein schlechtes Gewissen haben. Früher haben die Menschen mit ihren Tieren gelebt. Und ja, sie waren so frei, auch die Tiere, mit denen sie gelebt haben, sie auch zu schlachten. Aber sie sind respektvoll oder zumeist jedenfalls respektvoll mit den Tieren umgegangen. Warum? Weil sie sie ständig vor Augen hatten. Und das haben wir nicht. Das ist ein großes Problem. Und dies ist hier wieder ein Ausdruck von Respekt gegenüber den Tieren. Ganz einfache Geschichte. Das Böckchen wird der Mutter weggenommen. Die Milch ist jetzt da. Ja, du kannst diese Milch weiter gebrauchen, benutzen, trinken, damit was machen. Aber bitte mach es doch nicht so. Dieses Böckchen wurde jetzt geschlachtet und wir essen es jetzt. Jetzt mach doch bitte nicht aus derselben Milch, mit dem dieses Böckchen aufgezogen wurde und die wir jetzt haben, weil das Tierchen geschlachtet wurde, jetzt auch noch eine Soße draus. Es gibt noch eine Deutung des Ganzen, das bezieht sich dann auf eine Stelle aus einem außerbiblischen Text, einem uralten außerbiblischen Text, wo manche Forscher abgeleitet haben, dass es eine heidnische Sitte gab, dieses zu tun hier, nicht nur als ein dass sie das gemacht haben, sondern dass sie das aus einem bestimmten religiösen Zusammenhang heraus gemacht haben. Hier aus dem Bibeltext selber können wir das nicht unbedingt entnehmen, dass das hier die Zielrichtung ist, also macht es nicht wie die Heiden. Das kommt natürlich ein Stückchen weiter unten, in den Versen danach wird uns gesagt, ihr sollt nicht so tun, wie es die Heiden tun mit ihren anderen Göttern. Es kann sein, dass hier der Zusammenhang besteht, ich weiß es nicht genau. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf deinem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern und ich werde sie austilgen. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen und du sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her. Das Wort Engel muss hier nicht unbedingt verstanden werden als dieses Himmelswesen. Das Wort Engel bedeutet eigentlich einfach nur Bote, Gesandter. Es sind damit aber natürlich auch himmlische Wesen gemeint, die von Gott gesandt werden, beauftragt werden und hier ist einer beauftragt, der vor dem Volk Israel hergehen soll. Das Wort Bote konnte tatsächlich auch im Zusammenhang zum Beispiel mit einem Propheten oder einem Priester verwendet werden. Und letztendlich, wenn wir ins Neue Testament gehen, gerade im Johannesevangelium lesen wir oft, dass Jesus gesagt hat, ich bin der, den der Vater gesandt hat. Und wenn wir die anderen Zuschreibungen hier lesen, mein Name ist in ihm. Das ist ein sehr starker Ausdruck von ich selbst identifiziere mich mit diesem Engel. Und dann ist es noch bezeichnend, dass in Vers 23 steht, nee, in Vers 22, wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, komisch, ne? Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, ist das jetzt und im Sinne von wenn du tust, was er sagt und was ich sage? Oder ist es wie so oft im Hebräischen, dass es ein Parallelismus ist, das heißt, eine Sache wird gesagt und dann wird sie mit anderen Worten nochmal gesagt. Ich glaube, das Zweite ist es hier. Gott macht deutlich, ich selbst bin in diesem Engel, ich selbst bin es, der mit dir redet. Und Mose hat das ja selbst so erlebt in 2. Buch Mose Kapitel 3 am Berg Sinai am Anfang, als Gott ihm begegnet ist, da spricht ja der Herr zu ihm und gleichzeitig heißt es an einer Stelle auch, dass es ein Engel war, der mit ihm redete. Es gibt diese Stellen von Engeln, die in irgendeiner Weise eher wie Gott selbst erscheinen, als dass sie nur ein Gesandter sind. Und das deutet darauf hin, dass hier sozusagen Jesus vor seiner Erscheinung als Mensch schon gegenwärtig aktiv war. Theophanie ist da das Wort, also eine Gotteserscheinung und dass es Jesus ist. Es gibt noch eine andere Stelle im 1. Korinther 10, Vers 4, wo uns gesagt wird, dass Christus mit dem Volk Israel wanderte, der Fels, aus dem das Wasser herauskam. Der Fels, aus dem das Wasser herauskam, ist nicht mit ihnen gewandert, aber hier wird gesagt, der Engel, der Gesandte, ich sende ihn vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Und jetzt lass uns doch mal denken an das Wort, was David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser, er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann der bereitete Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der Herr Yahweh ist mein Hirte, er leitet mich durch mein Leben, er führt mich auf der richtigen Straße und bis ans Ziel in das Haus des Herrn, wo ich ewig bleibe. Dann Johannes 14 und damit schließen wir. Johannes 14 Jesus sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Diesen Engel, ihr sollt auf ihn hören, sagt Gott. Was hat er auf dem Berg der Verklärung gesagt? Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören, hat er zu Petrus, Johannes und Jakobus gesagt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Engel, der den Weg bereitet, der das Volk Israel an die Städte führt, die Gott für sie bereitet hat. Und er ist der unser Herr, er ist der gesandte Sohn Gottes, auf den wir hören sollen. der uns führt zu der Städte, die er für uns bereitet hat. Und er wird kommen. Und das ist das, was wir im Abend feiern. Wenn wir sagen, so oft wir das feiern, bekennen wir den Tod des Herrn, verkünden wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das soll unsere Perspektive sein. Jesus geht uns voran als der gute Hirte. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und er geht uns voran und führt uns, er ist der Weg zum Vater. Durch ihn kommen wir zum Vater. Und er sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, esst es, trinkt es. es ist der Bund, den ich mit euch geschlossen habe, der ewige Bund. Und ich führe euch nach Hause, ich komme wieder und bringe euch zu mir, dass ihr da seid, wo ich bin. Das ist seine Sehnsucht. Das ist der Ort, den er bereitet hat, die ewige Gemeinschaft mit ihm. Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass du ihn gesandt hast, dass er uns leitet und führt in die ewige Herrlichkeit des Haus Gottes, wo wir bleiben werden für immer. Herr, wir sehnen uns, wir freuen uns auf dieses Zuhause, so wie David sich nach Bethlehem gesehnt hat und noch mehr. Herr, und danke, dass du dein Blut vergossen hast, damit wir das Wasser aus Bethlehem trinken können, dass wir von der Quelle trinken können. Du hast dein Blut vergossen, das kostbare Leben deinem Vater zum Opfer gebracht. Herr, du sagst, der vernünftige Gottesdienst ist, dass wir unser Leiber als lebendiges Opfer darbringen. So hilfst du uns, das Abendmahl im rechten Geist zu feiern, mit der rechtigen Herzenshaltung, das Erste, das Kostbarste für dich, unser Herz, unser ganzes Herz, unsere ganze Liebe, unsere ganze Hingabe. Amen. Amen.